Hallo, willkommen zurück beim Easter Hack und bei unseren Talks. Jetzt wird es ein wenig um sichere Software und Schwachstellen gehen, denn wir haben im besten Fall bei unseren Open-Source-Projekten nichts zu verstecken. Leider gibt es da auch einen tagesaktuellen Fall, so schade wir das über Ostern sagen müssen. Wir haben das Projekt XZ, in dem wir eine aktuelle Schwachstelle und Backdoor haben, insofern patched gerne. Und das passt ziemlich gut mit dem heutigen Thema, mit dem jetzigen Thema zusammen, denn wir sprechen nun ein wenig über Schwachstellen, Open-Source-Software, wie wir damit umgehen und wie wir CVEs erstellen können und wie wir damit entsprechend umgehen können. Dafür übergebe ich das Wort an Markus und Robert von der Hallo Welt GmbH hier aus Regensburg. Vielen Dank, dass ihr da seid. Danke sehr. Vielen Dank. Ja, hallo. Wir wollen über CVEs sprechen. Mein Name ist Markus Glaser. Ich bin der Mitgründer von Hallo Welt und wir machen ein Softwareprodukt. Das ist ein Enterprise-Wiki auf der Basis von Media-Wiki. Das wird später noch wichtig werden, deshalb kann ich das hier sagen. Ich habe auch in meiner Tätigkeit als Volontier sozusagen bei der Wikimedia mitgewirkt an Releases von Media-Wikis zum Teil und habe da auch ein bisschen Erfahrung gezogen, was eben Sicherheitsaspekte betrifft. Robert, ich glaube, du stellst dich selber vor. Ja, hallo. Mein Name ist Robert Vogel. Ich bin Softwareentwickler bei der Firma Hallo Welt. Und ja, ich kümmere mich auch um die Releases unserer Software und in dem Zusammenhang dann eben auch um die Sicherheitslücken, falls welche auftreten, dass diese dokumentiert sind, dass es da Advisories gibt und ja, dass das dann auch natürlich ausgerollt werden kann. Genau, ich werde so ein bisschen durch den praktischen Teil führen. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, wie man ganz praktisch ein CVE erstellt oder wie wir das machen, sage ich mal. Und was es da so für Möglichkeiten gibt, sich auch up-to-date zu halten bezüglich irgendwelcher Schwachstellen, die eventuell in Software existiert, die ihr einsetzt. Genau, ganz grob haben wir uns das so vorgestellt. Erst wenn wir ein bisschen ins Thema einführen und auch uns die Frage stellen, was kann man eigentlich als Konsument mit CVEs anfangen, mit Sicherheitsinformationen über Sicherheitslücken. Dann wollen wir ein bisschen beschreiben den Weg, den wir gegangen sind, dass wir selbst für unsere Software-Sicherheitslücken melden können und veröffentlichen können. Dann schauen wir uns das, macht vor allem dann Robert im Detail an, was steht da eigentlich drin in so einer CVE, was überlegt man sich da, wenn man die so veröffentlicht. Und dann gibt es noch ein paar Bereiche außenrum, so etwas wie, wie man Plattformen identifizieren kann oder wie man auch ohne, dass man sozusagen Teil des CVE-Programmfeldes ist, eigene Sicherheitslücken melden und registrieren kann. Das Ganze zeichnet so ein bisschen auch den Weg nach, den wir gegangen sind. Was hat uns sozusagen beschäftigt? Es war so, dass wir machen eine tolle Software, das ist klar, aber selbst die tollste Software hat irgendwann mal ein Problem, oder es kann sein, also wir hatten eine Meldung bekommen, dass wir eine Sicherheitslücke haben in der Software. Und dann standen wir da und haben gesagt, was machen wir jetzt damit? Patchen natürlich irgendwie, aber wir sind eine Open-Source-Software, das heißt, wir haben also eine Verbreitung, Leute laden das runter und ich weiß nicht, wer das betreibt. Also ich habe, anders als jetzt, wenn ich sozusagen Lizenz-Software vertreiben würde, wüsste ich über meine Lizenznehmer, wen informiere ich, aber hier ist das schwierig, ich habe sozusagen keinen Kontakt zu meinen Kunden, zu meinen Nutzern. Das heißt, direkter Kontakt ist nicht möglich und dadurch kann ich die Leute auch nicht direkt benachrichtigen. Ich hatte aber, das war schon, glaube ich, nicht critical, aber wir fanden es im Rahmen unserer Verantwortung notwendig, die Leute so gut wie möglich zu informieren. Zweite Geschichte, wir verbauen auch in unserer Software viele Komponenten. Ich denke, wer selbst Software schreibt, weiß das. Man hat ja die Bibliothek-Manager. Wenn man irgendwas braucht, dann zieht man sich einfach über, bei uns ist es PHP-Composer, im Node.js-Umfeld ist es MPM oder im Python ist es PIP. Man zieht sich die Bibliotheken rein und die kommen halt irgendwo her. Und da hat man dann schnell über die Abhängigkeiten und die Abhängigkeiten der Abhängigkeiten ziemlich große Bibliothekslandschaften, die man verwendet. Also das sind dann leicht schnell mal über mehrere hundert Komponenten, die da verbaut sind. Und jetzt stehen wir natürlich auch sozusagen in der Situation, dass ich sage, wenn ich jetzt ein neues Software-Release rausgebe, wie kann ich sicherstellen, dass ich keine Sicherheitslücken in den Komponenten schon mit irgendwie weitergebe oder release? Und das ist in der Größenordnung händisch fast nicht möglich. Also ich müsste ja hergehen, müsste für jede Bibliothek irgendwie eine Newsletter abonnieren oder in GitHub gehen und schauen, ob es da irgendwelche aktuellen Meldungen gibt. Also ist nicht machbar. Das heißt, dieser Verantwortung kann man eigentlich auch nur gerecht werden, wenn man irgendwie einen Mechanismus dafür hat. Ja, das ist ja so. Ich habe ein paar Screenshots da. Das ist zum Beispiel die Liste B bis D der verbauten Komponenten und die haben jeweils wieder Abhängigkeiten. Also das ist dann schon einiges. So, also wäre es nicht wahnsinnig schön, wir hätten irgendwas Zentrales, wo ich jetzt sage, ich melde meine Sicherheitslücke, wenn ich eine habe oder ich kann mich dort informieren, wie ist der Stand meiner Komponenten. Und wir haben ja so viel Glück, weil sowas gibt es schon. Und das ist dieses bekannte CVE-System. Ich habe jetzt hier nicht die XZ-CVE rausgezogen, sondern die Log4J. Also es ist so, dass im Prinzip Sicherheitslücken im CVE-System zentral gemeldet werden, strukturiert erfasst werden können und man von dort ausgehend dann auch in der Regel Lösungsansätze bekommt, also was ist zu tun. Und man kann das verfolgen. Und ich kann natürlich eben auch über diese Geschichte schauen, wie ist der Stand meiner Komponenten, also der Komponenten, die ich verwende. Zu den Details, die hier stehen, da kommen wir dann später noch dazu. Also das ist hier nur so ein Schnellblick auf das Ganze. Was macht dieses, genau, CVE, und das finde ich tatsächlich sehr interessant, ist eigentlich der bekannteste Teil eines größeren Projekts, das S-CAP Security Content... Vergessen. Automation. Automation Program. Genau. Ach, da steht es eh. Schau her. Genau, also S-CAP versucht, diese Sicherheitslücken, das Sicherheitslückenmanagement, maschinenlesbar automatisierbar zu machen und zu zentralisieren. Wir haben hier die CVEs, das ist sozusagen die Liste der Verwundbarkeiten. Wir haben CPEs, das sind die Liste der Plattformen, also das heißt der Software eigentlich, samt Softwareversion, so dass ich relativ gezielt sagen kann, ich habe hier eine Software, in der Version 7.3.5.rc.2 gibt es dazu irgendwelche Lücken und wir haben eine Konfigurationsliste von Konfigurationen, die man vielleicht besser vermeiden sollte. Das Ganze wird vom NIST, das ist eine amerikanische Regierungsorganisation, National Institute of Standards and Technologies, die pflegen das Ganze und nehmen da immer mehr die Hand drauf. Also man sieht das auch, kommen wir später noch dazu, wie sozusagen das NIST immer mehr der Aufgaben übernimmt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt, es ist meines Wissens die einzige nennenswerte Initiative in dem Bereich und de facto Standard. Genau, und die stellen auch, auch nur der Vorständigkeit halber, die stellen Toolset bereit, so dass man eben sich zum Beispiel Tools zur Abfrage von CVEs runterladen kann, die dann jeweils APIs haben, wo man sozusagen auch automatisiert diese Tests laufen lassen kann. Genau, und damit übergebe ich jetzt an den Robert, der zeigt euch ein bisschen was Praktisches. Genau. Wenn man jetzt also so eine tolle zentrale Bibliothek hat von Sicherheitslücken, dann sollte man die natürlich auch nutzen, sinnvollerweise. Und hier sind erstmal zwei, ganz grob, zwei Bereiche zu unterscheiden, wo man das nutzt. Einmal natürlich als jemand, der eine Software einsetzt, also im Betrieb hat, der möchte im Idealfall tagesaktuell darüber informiert werden, ob eine Sicherheitslücke bekannt geworden ist oder nicht. Aber auch natürlich bei der Entwicklung, und das betrifft dann quasi uns, aber auch eventuell andere Leute, die mit der Software weiterentwickeln, kann das interessant sein, so dass wir quasi von vornherein gar keine Sicherheitslücken haben, im Rahmen eines Releases beispielsweise. Genau. Also diese beiden Varianten hier. Interessanterweise ist das passive, sich informieren lassen über CVEs, gar nicht so einfach, wie man das glauben möchte. Man würde da erwarten, man kann irgendwo was abonnieren, ein RSS-Feed oder irgendwas anderes. Das ist tatsächlich, es gibt diverse Feeds, es gibt auch, diese ganzen CVEs werden auf einem GitHub-Projekt verwaltet, und auch das kann man natürlich abonnieren, aber das sind alles Dinge, die kann man nicht besonders gut filtern. Also man wird dann quasi über alles, über Gott und die Welt informiert, aber nicht präzise über das, was man eigentlich gerne hätte oder bräuchte in seinem eigenen Projekt. Und glücklicherweise gibt es da ein ganz gutes Tool, beziehungsweise einen Service. Das ist dieses OpenCVE, was ich hier habe, das Logo auch. Das ist ein freier Dienst im Web, kann man sich anmelden, keine speziellen Voraussetzungen, kostenfrei. Man kann den aber tatsächlich auch lokal betreiben. Also kann man sich das Docker-Image-Best beispielsweise im eigenen Netzwerk zur Verfügung stellen, wenn man das dann machen möchte. Ich habe jetzt hier mal so ein Screenshot, damit man es mal sieht, wie das aussieht. Das Ding macht im Prinzip nichts anderes, als dass es im Hintergrund diverse Quellen abonniert, alle kenne ich jetzt auch nicht im Detail, die regelmäßig quasi abarbeitet. Und, das ist eigentlich das Relevante und Besondere daran, das Ganze eben filterbar macht und auch eine Notification implementiert. Das heißt, hier sieht man es sehr schön. In meinem Fall habe ich jetzt hier bestimmte Vendors und Products subscribed. Warum? Naja, weil wir die hauptsächlich benutzen für unsere eigene Softwareentwicklung beispielsweise. Und dann hat man eben in diesem Dashboard hat man wunderbar seinen Stream, aber es ist noch nicht mal notwendig, den wirklich jeden Tag zu besuchen, sondern dieser Dienst, der schickt auch Mails raus, im Falle, dass irgendwas, was diese Filter hier betrifft, ja, falls es da irgendwas Neues gibt. Also, das ist schon mal für den Endanwender, sag ich mal, für den Betreiber der Software ist das ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Tool, um überhaupt mal auf dem Laufenden zu bleiben bezüglich der Software, die man einsetzt. Genau. Es gibt noch was anderes, was unter Umständen nennenswert ist. Es gibt eine Web-API, oder eigentlich gibt es sogar mehrere Web-APIs vom NIST hier, was man hier sehr schön sieht. In dem Fall ist es etwas, eine API, die erlaubt den Einsatz von sogenannten CPEs. Der Markus hat das gerade schon mal genannt, das ist diese Platform Enumeration. Ich weiß nicht, Markus, ich glaube, du sagst noch was dazu, wie die zusammengesetzt wird nachher. Kurzum, die Platform Enumeration, die identifiziert eure Software anhand von Vendor, Product, Versionsnummer, gegebenenfalls auch Edition, und noch andere Parameter im Prinzip. Da kann man auch ein bisschen Wildcarden, das sieht man hier ganz schön, das sieht man tatsächlich in dem Fall nicht. Man könnte auch Sternchen dann noch anpacken. Auf jeden Fall, über diese Web-API lässt sich relativ einfach, genau, da hinten sieht man das Kriterium, richtig. Darüber lässt sich relativ einfach über einen ganz simplen Call abrufen, gibt es denn für dieses CPE, das ich hier einsetze, gibt es da irgendwelche aktuellen Sicherheitslücken, die mir bekannt sein sollten. Kann man, wie gesagt, auch automatisieren, wenn man den Dienst nicht nutzen will, wenn man das irgendwie in ein eigenes System einbauen möchte, ist das mit Sicherheit ein Weg, das zu tun. Genau, das war jetzt im Prinzip der Teil, was kann ich tun als Betreiber der Software. Jetzt kommen wir zu dem Teil, was kann ich tun als Entwickler von Software. Das ist das, was wir auch tatsächlich machen für, in unserem Produktionsprozess. Das sind natürlich die Scanner. Da geht es darum, den Code, die Code-Basis, die wir haben, und deren Abhängigkeiten automatisiert zu scannen und nachzuschauen, ob irgendwelche CPEs dafür bekannt sind. Wir persönlich benutzen sehr viel Composer. Das sind PHP-Paketmanager. Das liegt einfach daran, dass unsere Applikation zu großem Teil in PHP geschrieben ist. Aber es gibt natürlich auch andere Paketmanager oder Bibliotheksmanager. Das NPM dürfte jedem ein Begriff sein. Und diese Paket- oder Librarymanager, die bringen oftmals eine Audit-Funktion mit. So auch eben Composer-Audit oder eben das NPM-Audit, welches im Prinzip diese ganzen Versionsnummern einfach nimmt. und auch wieder abgleicht mit den CVE-Listen und das dann ausspuckt. Was hier auch noch dabei steht, ist Trivi. Das ist vielleicht auch dem einen oder anderen schon ein Begriff. Trivi ist ein Scanner für Container und VMs, nachdem ja heutzutage mehr und mehr Software containerisiert ausgeliefert wird. Also nicht nur die eigentliche, nicht nur der eigentliche Programmcode ist, sondern auch wirklich, sagen wir mal so, zumindest die Basic Infrastructure mit dabei, ist das auch von Vorteil. Das heißt, wenn wir Container bauen, wenn wir unsere Docker-Container erzeugen, die wir dann auch releasen wollen, dann läuft da nochmal der Trivi-Scan drüber, der dann nicht nur unsere Codebase an sich prüft, sondern auch das Außenrum. Unsere Software braucht diverse Command-Line-Tools beispielsweise oder andere Software, wie zum Beispiel Web-Server, was auch immer. und auch hier können wir dann quasi frühzeitig schon erkennen, ob CVEs verfügbar sind oder ob CVEs auftauchen. Klassischerweise muss es auch für den, wenn man es auch nur aus der Konsumentensicht sieht, es gibt auch diese Trivi, diesen Trivi gibt es auch als Integration in eine Docker-Registry, eine Container-Registry. Eine sehr bekannte Registry ist Harbor, kennt vermutlich auch der eine oder andere. Und wenn man da eigene Container reinzieht beispielsweise, dann kann man das eben auch mit Trivi integrieren, sodass man das, dass man dann quasi im Harbor quasi schon direkt sieht, ob irgendwelche Sicherheitslücken für diesen Container konkret bekannt sind. Ich habe ein paar Screenshots, weil ich mir nicht sicher war, wie es mir hier mit dem Netzwerk funktionieren wird. Das sehen wir uns gleich mal an. Ein letztes möchte ich noch nennen, das ist dieser PHP-Security-Scanner, der steht hier ganz außen. Das ist auch wieder so ein bisschen eine Besonderheit, die wir natürlich nutzen für PHP-Projekte, der auch nochmal ganz ähnlich funktioniert wie dieses Auditieren von Composer, allerdings auch nochmal auf ein bisschen eine andere Datenbasis zugreift, in dem Fall von einem sehr großen Projekt, PHP-Projekt Symfony quasi gewartet und bereitgestellt, diese Datenbank, mit der man dann nochmal ein bisschen mehr Informationen kriegt quasi. Sinnvollerweise ist das natürlich alles irgendwie in die Continuous Integration integriert, also das heißt, wenn wir irgendwelche Code-Änderungen haben, dann sollten nach Möglichkeit sehr, sehr zeitnah diese Tests ablaufen, sodass wir gar nicht erst in die Verlegenheit kommen, einen Bild zu releasen, der bestehende CVEs enthält. Es kann natürlich immer noch sein, dass nachträglich, nachdem man released hat, irgendein neues CVE bekannt wird, also das ist ganz klar. Das gibt immer einen zeitlichen Aspekt dazu auch. Genau, jetzt habe ich hier mal noch ein paar Screenshots, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie das aussieht. Also hier sehen wir das zum Beispiel in Harbor, in dieser Docker-Registry. Da haben wir dann eben die verschiedenen Images oder Imageversionen und dann sieht man hier sehr schön grafisch auch aufgeschlüsselt, wie das Ganze dann aussieht. Dann nochmal das Ganze mit Trivia auf der Kommandozeile. Das Interessante hier dürfte sein, dass Trivia uns auch Informationen dazu gibt, wie man eine Session eventuell beheben kann, also zum Beispiel durch das Update einer bestimmten Komponente. Habe ich hier rot markiert, diese Spalte. Genau, aber das gibt oftmals sehr, sehr lange Listen aus. Es ist auch gar nicht immer möglich, alle von denen zu beheben. Dafür kommt diese Severity ins Spiel, dass man auch einschätzen kann, wie viel, man muss im Einzelfall eventuell entscheiden, ob diese Sicherheitslücke tatsächlich ein Problem in diesem Kontext ist beispielsweise. So, hier das Ganze nochmal mit NPM Audit. Auch hier nichts Besonderes im Prinzip. NPM hat zudem noch die Möglichkeit, Sachen gleich zu fixen, also quasi selber die Versionen anzupassen, falls es denn möglich ist. Kann ich nur empfehlen, sowas dann auch zu nutzen in der Entwicklung. So, hier haben wir das Ganze nochmal mit Composer. Der hat das nicht, aber es sieht im Prinzip alles gleich aus. Ja, das Ding geht einfach Bibliothek für Bibliothek durch, schaut sich die Versionsnummer an und listet dann eventuell Informationen. Ihr seht auch hier meistens gibt es dann noch die entsprechende Advisory-URL dazu. Die Advisories sind relevant, weil sie Informationen enthalten darüber, wie man die Sicherheitslücke entweder beheben kann oder ob es irgendeinen Workaround gibt, den man nutzen kann. Oder auch generell mehr Informationen, ob sie relevant ist oder nicht. So, last but not least, hier dieser PRP-Security-Scanner, auch hier nochmal. Das ist jetzt aus unserer CI beispielsweise direkt genommen. Die anderen Sachen hatte ich bei mir lokal einfach mal ausprobiert, um es zu zeigen hier. Prinzip das gleiche. Prinzip läuft vollautomatisiert ab in der CI und gibt dann eben Informationen darüber, ob ein bestimmter Bild, den man erstellt hat, akzeptabel ist oder nicht, aus CFE-Sicht. Gut, und das wäre es. Also, für den Teil, dann bin ich wieder mitgekommen. Jetzt ist es so, wenn man sich sozusagen entscheidet, dass man eine CVE vergeben möchte, wenn man sagt, das ist jetzt wichtig. Uns ging es zumindest so, ich bin da wahrscheinlich relativ naiv reingegangen, habe mir gedacht, aha, da gehe ich irgendwo hin und ziehe so eine Marke und dann kriege ich eine CVE-Nummer. Ganz so einfach ist es nicht. Und ich habe mir in dem Zusammenhang auch, haben wir uns angeschaut, wie es sozusagen die Organisation und diese CVE ist. Das ist also tatsächlich schon ein halbwegs komplexes Gebilde. Da hat im Prinzip CVE-Org, das kommt von der MITRE, ist wieder eine amerikanische, regierungsnahe Organisation, Forschungsorganisation. MITRE, die haben, die pflegen diese Datenbank und haben da die Hand drauf. Also man kann nicht einfach sagen, ich packe jetzt da meine Nummer rein oder so, sondern man muss mit denen erst in Kontakt treten. Genau, es gibt, wahrscheinlich glaube ich, ich habe das noch schöner hier, diese CVE-Org verwaltet diese Daten, wird von MITRE sozusagen gestützt und auch finanziert, arbeitet zusammen mit dem NIST, das wir vorher schon hatten, das eine weitere Datenbank verlegt, die NVD, National Vulnerability Database. Auch interessant, da kommen wir später dazu, weil es passiert nämlich auch was, wenn man so eine CVE veröffentlicht, auch an anderen Stellen. Und es gibt eine ganz ordentliche Hierarchie innerhalb dieser Organisationen, die da berechtigt sind, CVEs zu vergeben und das Ganze zu verwalten. Ich habe da ein paar Folien von CVE mal geklaut. Also die Mission ist natürlich, dass man hier die Programmumsetzung, also dass man die Verbreitung des Programms natürlich auch fördert. Also die haben dediziert, das fand ich eigentlich hier vor allem interessant, diese CVE-Programm-Adoption, dass die also definitiv sagen, wir sind hier kein geschlossener Haufen und macht bloß nicht mit, wir pflegen nur ganz wenig, sondern die setzen also auf weite Beteiligung und wollen, dass möglichst viele Leute da mitmachen. Ich sehe das tatsächlich auch als sehr sinnvoll an, weil richtig funktionieren kann diese Sicherheitsarchitektur ja nur, wenn möglichst viele Softwarehersteller da auch mit teilnehmen. So sieht das Ganze organisatorisch aus, also es gibt sozusagen das CVE-Board, das ist so ein Gremium, da sitzen dann auch die großen Softwarehersteller mit drin, dann gibt es das Sekretariat, die schicken immer die Mails und die machen die Kommunikation auch mit uns und die Arbeitsgruppen. Da kann auch jeder mitmachen, da muss man also nicht Teil dieser Organisation sein. Ich schreibe sie mal später, was die so machen. Und dann ist es so, dass es im Prinzip diese CNAs gibt und die sind hierarchisch gegliedert. Es gibt sozusagen Top-Level-Root-CNAs, da gibt es zwei. Und dann gibt es die Root-CNAs, das sind, wie man hier schon sieht, auch relativ große Namen. Und dann gibt es die einzelnen CNAs, das sind solche wie wir. CNA heißt CVE-Numbering Authority, also wenn man ein CNA ist, darf man eben CVE-Nummern vergeben in einem bestimmten definierten Scope. und je nachdem, wie hoch man in dieser Hierarchie ist, darf man eben mehr und breitere CVE-Nummern vergeben. Wenn man jetzt zum Beispiel keine eigene CNA ist, dann kann man sich bei einer der Top-Level-CNAs melden und sagen, ich habe hier eine Sicherheitslücke, könnt ihr meine CVE für mich ziehen und das Ganze im Prozess durchgehen. Genau, wir sind logischerweise so ganz unten in der Hierarchie, also als kleiner Regensburger Softwarehersteller, wirst du mit Sicherheit keine Root-CNA werden. Wollen wir auch gar nicht, das ist ganz schön viel Arbeit. Also man muss das ja auch dann alles bewerten. Hier sieht man das, auch hier interessant, dass Sie eben 2017 haben Sie angefangen, das Ganze von einem zentralisierten Organ auf eine dezentrale Architektur, diese CNA-Architektur, umzustellen. Sie machen auch Werbung dafür, also es ist so, dass Sie sich freuen, wenn man sich registriert als CNA, weil dann haben Sie wenig Arbeit. und man sieht hier auch, dass das ganz massiv wächst. Also in letzter Zeit kommen immer mehr CNAs dazu. Wir haben ja die Freude dann auch, in so einem Newsletter teilzusein und ich kriege sozusagen einmal in der Woche, welche neuen CNAs jetzt wieder aufgetaucht sind. Genau. Bitte? Wie die Zahlen, die in der Länge, in der Länge, das ist immer 1 bis 3. 1 bis 3, ja. Genau. Die Zahlen sind ein bisschen älter, also sieht man von 2023, das sind nicht die super aktuellsten. Ich glaube, diese Mail, diese Bestandsaufnahme war ja irgendwie September oder Oktober. Genau. Das sind die Working Groups, also da kann man dann auch mitmachen, vor allem in dem Bereich Automatisierung und auch in dem Bereich Outreach, also sozusagen das Ganze bekannt zu machen. Ich muss sagen, wir sind relativ wenig aktiv in Working Groups, also wir haben uns als CNA registriert, eigentlich in erster Linie, um unsere eigene Software mit Sicherheitsmeldungen zu versehen. Aber da kann man sich auch beteiligen, wenn man sozusagen der Meinung ist, dass das was Gutes ist und die Zeit dafür hat. Genau. So. Jetzt, wie ist das bei uns? Wie läuft der Prozess ab? Also wie kriegt man, wie wird man in CNA? Also erst mal muss man sich die Frage stellen, warum macht man das überhaupt? Es gibt schon die Möglichkeit, auch CVEs zu registrieren, ohne dass man selber in diesem Organisationskontext aktiv ist. Allerdings gibt es da ein paar Kaviars. Wenn ich sozusagen als Softwarehersteller will ich ja auch, habe ich ein großes Interesse daran zu wissen, welche Lücken meine Software hat. Wenn jetzt eine Meldung reinkommt und irgendjemand meldet es bei Red Hat, also Red Hat ist eine Root-CNA, dann ist die Frage, woher weiß ich, dass zu meiner Software eine CVE existiert. Also es geht eigentlich dann nur, wenn ich sie wieder irgendwie abonniere und das verfolge. Wenn man aber eine CNA ist, dann ist sozusagen der Prozess, dass es immer an die CNA weitergeleitet wird, die die Verantwortung für eine bestimmte Software übernimmt. Das heißt, wir wissen darauf zentral, dass es unsere Software betrifft. Wir werden auch als Erste informiert, natürlich. Das ist ja der ganze Komplex, der ja auch in diesem Umfeld hier oft diskutiert wird. Sicherheit, Disclosure, wann gibt man Lücken bekannt, wenn sie da sind. Und wir haben da so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Common Sense momentan, eher so Responsible Disclosure-Modell. Das heißt, wir schauen erst, dass ein Patch da ist, bevor wir die Lücke bekannt geben. Kommitten uns natürlich auch dazu, dass wir das schnell machen. Also wir haben, glaube ich, so eine Woche bis eineinhalb Wochen Reaktionszeit aktuell. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man selber sozusagen mit in den Prozess eingebunden ist und sagt, okay, jetzt veröffentlichen wir das auch als Security Advisory. Und natürlich hat es schon den Punkt, dass man sagt, Street Credibility, also wir nehmen es ernst, die Sicherheit, wir beteiligen uns an dem Prozess und wir kümmern uns auch darum, um die Software. Okay. Wie funktioniert das Ganze? Also CNA-Werten ist ein fünfstufiger Prozess. Das geht los mit die Leute kontaktieren. Da muss man ein paar Daten angeben, wer man so ist und ob man irgendwie hier nicht nur Spaß macht. Dann gibt es ein paar Anforderungen, die man erfüllen muss und dann wird man sozusagen interviewt. Da kommen wir dann dazu. Und dann ist man eine CNA. Kontakt ist relativ einfach. Es gibt auf der Webseite von CVE.org gibt es einen Einstiegspunkt mit einem E-Mail-Formular und da kann man im Prinzip hinschreiben. Das habe ich auch gemacht. Wie gesagt, ich war dann auch eher naiv und habe gesagt, schauen wir mal, wie weit man kommt. Dann habe ich gesagt, wir würden gerne CNA werden. Geht das? Sind wir überhaupt so mit unserer Firmenmächtigkeit, wir sind jetzt, wie gesagt, kein industriegroßer Softwarehersteller, sind wir da überhaupt geeignet dafür? Es hat sich herausgestellt, dass es relativ leicht ist. Die wollen auch, wenn man Hersteller ist, möglichst, dass die eigenen Leute die Sicherheit bewerten und in den Prozess eingebunden sind, weil sie sagen, der Softwarehersteller kennt sich natürlich auch am besten mit der Software aus, kann am besten bewerten, wie kritisch die Lücke ist zum Beispiel und sollte auf jeden Fall mit im Boot sein. Also, war einfach. Man kriegt dann eine Mail mit einem Formular. Den Teil habe ich leider irgendwo, der ist im Mailverkehr verloren gegangen, deshalb konnte ich das, kann ich das nicht zeigen. Man schreibt halt im Prinzip, was man macht, schickt die Homepage hin oder das Repository, das man pflegt und ein paar Kontaktdaten und dann geht es sozusagen in den Teil Meet Requirements, das heißt, da gibt es ein paar Anforderungen. Die sind jetzt aber auch meines Erachtens nicht wirklich krass, sind die drei. Wir brauchen, wir mussten jetzt Vulnerability Disclosure Policy veröffentlichen, zeige ich gleich. Dann müssen wir sozusagen eine Webseite pflegen, wo wir unsererseits sagen, dieses, wo wir sozusagen den Match zum CVE abgeben, das sind die Security Advisories. Warum? Damit wir sozusagen der CVE die Validität verleihen. Also die sagen, wenn es auf der Homepage vom Hersteller ist, sozusagen ein Advisory und hier ist die CVE, das passt zusammen und damit ist das okay und da muss man auch die Terms of Use akzeptieren. Das war der einfachste Teil. Man schreibt ja und dann ist es akzeptiert. Ist auch nicht so schwer. Die sagen meines Erachtens auch zu Recht, wenn man hier Daten veröffentlicht im CVE-Umfeld, dann kann CVE-O aktiv verwenden, dann kann sie verbreiten. Also ist es eine halbe Bildschirmseite, Lizenz. Man überträgt ihnen sozusagen die Rechte, das weiter zu verbreiten. Genau. Vulnerability Disclosure Policy, was ist das eigentlich? Wir mussten im Prinzip oder haben auf unserer Homepage veröffentlicht, wie wir umgehen mit Sicherheitslücken, die gemeldet werden. Wie meldet man an uns? Was ist der Scope? Also um was kümmern wir uns? Um was kümmern wir uns nicht? Wie gehen wir damit um? Was versprechen wir? Welche Reaktionszeiten? Und so weiter. Und das steht dann da drin, das ist also ein, ich glaube, hat ein vier-, fünfseitiges Dokument. Letzten Endes haben wir zum Beispiel ist es gang und gäbe zu sagen, wenn jetzt die Sicherheitslücke dadurch entsteht oder das Problem, dass jemand die Festplatte aufbaut, dann ist das nicht in unserem Scope. Wir sind Softwarehersteller, wir suchen sicher nicht die Hardware ab von Leuten, dann kümmern wir uns da nicht drum. Wir sagen auch, dass wir diese Versionen von vor fünf Jahren nicht mehr mit Sicherheitspatches versorgen, also steht auch drin, sozusagen, sondern die aktuellen Versionen. Und dann gibt es natürlich auch so eine, steht auch das Verfahren drin, das heißt, was macht jemand, der eine Sicherheitslücke findet? Was soll der tun? Wie sollen wir reagieren? Und so weiter. Also wie ich gesagt habe, wir committen uns da zum Beispiel zu einer Veröffentlichungs- oder Lösungszeit. Wir geben den Leuten dann auch, wir haben eine Hall of Fame, Security Researcher Hall of Fame, wo man dann sozusagen eingetragen wird als Gegenleistung und so weiter. Da steht hier alles drin. Und die ist auf der Homepage sozusagen unter den, neben den AGBs und den ganzen Lizenz und was auch immer Texten veröffentlicht. Das Zweite, was man braucht, ist eben diese Security Advisory Liste. Und nachdem wir ein Wiki herstellen, haben wir uns ein Wiki hingestellt und da steht diese Liste drin. Man sieht hier, das ist sozusagen unsere Stellungnahme, wenn man so möchte, zu den CVEs. Wir können hier natürlich auch Dinge hinterlegen, die keine CVEs haben. Das ist ja nicht immer sozusagen, hat nicht immer die Fallhöhe, dass man sagt, man packt eine CVE rein. Und diese Security Advisories, also die sind ja relativ schwach gehalten, weil wir nämlich sagen, eigentlich packen wir alles in die CVEs rein. Die sind sozusagen, die werden verlinkt mit den CVEs und damit weiß man dann, der Hersteller hat dazu Stellung genommen. Genau. Dann kommt, also wenn man diese zwei Dokumente erstellt hat, wie gesagt, das war jetzt kein Hexenwerk, diese Security Disclosure Policy, ist natürlich, man muss schon ein bisschen drüber nachdenken, aber wie macht man sowas? Man holt sich halt fünf andere und schaut, was die machen und übernimmt dann die Best Practices daraus. Dann durften wir uns ein Video anschauen zum Thema, wie sind die Verfahren? Also da kommt der Robert ja noch dazu. Und dann hatten wir tatsächlich eine Session mit ein paar Leuten, die mit uns dann besprochen haben, wie das so geht, was man so für Verantwortung hat und wie das so geht, so eine CVE zu veröffentlichen. Tatsächlich ist, das fand ich sehr witzig, das größte Problem, das sie diskutiert haben, sie haben umgestellt von einem Schema JSON-4-Schema auf JSON-5-Schema. Das war mir zu der Zeit, das damaligen Zeitpunkt völlig egal, weil da gibt es auch Tools und Oberflächen dafür, aber das war ihnen ganz wichtig, dass man jetzt das neue Schema verwendet und nicht das alte. Also es ist auch sehr techniklastig dann geworden. Genau, und dann kommt man, das war eigentlich der lustigste Teil, dann kriegt man eine Hausaufgabe, dann kriegt man im Prinzip, was haben wir gehabt, fünf Sicherheitslücken, die wurden uns sozusagen hingelegt, dann hat es geheißen, jetzt macht ihr mal dafür CVEs, wie würdet ihr das machen? Wir mussten die dann abschicken und dann haben die das angeschaut und haben gesagt, okay, passt, was nicht gepasst hat, haben wir diskutiert und so haben wir sozusagen gelernt, CVEs zu schreiben. Und dann war es das eigentlich mehr oder minder, also hier ist der Prozess nochmal, das wurde uns sozusagen so in dem Video auch mitgegeben, der Prozess schaut komplizierter aus, als er ist, weil der Teil, die letzten drei Zahlen, geht es nur um die Press Release, dass man das gemeinsam veröffentlicht und das ist eigentlich dann auch der Punkt gewesen, also als diese Homework sozusagen freigegeben wurde, waren wir dann durch und jetzt sind wir eben da gelistet gelistet als CNA, genau. Was haben wir gelernt? Der Brutto-Zeitaufwand war vier Monate ab Erstkontakt. Warum? Weil ich wahrscheinlich ab und zu meine E-Mail nicht so schnell beantwortet habe, wie ich das hätte tun sollen. Tatsächlich hatten wir auch andere Dinge zu tun und netto zwei Personen im Tage. Also das glaube ich, da war der Großteil, war die Homework, da saßen wir dann tatsächlich schon da. Wir wollten es ja auch irgendwie gut machen und uns damit auseinandersetzen. Das hat uns, glaube ich, schon locker einen Tag gekostet. Aber dann, ja, dann war es durch. Und ja, das Scope, das war auch so ein Thema, da haben wir drüber nachgedacht. Ich habe ja vorher schon gesagt, wir sind im Media-Wiki-Umfeld auch unterwegs. Wir setzen sozusagen unsere Software auf Media-Wiki auf. Wir verbauen ziemlich viele Bibliotheken und die Frage war dann, was passiert, wenn eine Sicherheitslücke im Media-Wiki gefunden wird oder in einer Bibliothek. Bei den Bibliotheken hätte ich tatsächlich, habe ich schon überlegt, ob man die Verantwortung nicht übernimmt und sagt, okay, da kann man auch zu uns kommen. Bei Media-Wiki, die fünf größte Webseite der Welt, war mir das dann ein bisschen zu heftig. Also habe ich gesagt, will nicht, dass Media-Wiki-Lücken bei uns gemeldet werden. Und das haben wir dann sozusagen ausgeschlossen aus dem Scope. Also es geht sozusagen nur um das, was wir wirklich auch entwickeln und was wir im Griff haben. Und das war, ja, das ist auch so gewollt von der CVE-Org, dass man sagt, du kannst natürlich nur Verantwortung für was übernehmen, das du auch im Griff hast. Das ist irgendwie logisch. Okay, dann schauen wir mal, wie so eine CVE entsteht. Genau, vielen Dank. Ja, eine CVE ist natürlich erstmal ein technisches Dokument und das solches hat es bestimmte Formatvoraussetzungen oder Inhaltsvoraussetzungen. Man muss bestimmte Sachen eintragen, ausfüllen. Wir werden noch gleich sehen, es gibt eine ganze Menge an Sachen, die man da eingeben kann. Glücklicherweise muss man gar nicht so lange eingeben. Und, ja, das möchte ich mir jetzt kurz mit euch anschauen. Es geht auch um die Frage, zum Beispiel, wann veröffentlicht man eine CVE? Bei uns ist die, ist da die Policy so ein bisschen, dass wir sagen, wir wollen eigentlich eine Lösung, also wir müssen eigentlich eine Lösung schon haben. Also mindestens ein Workaround, ein Advisory. Im Idealfall ist es schon gepatcht, bevor das Ganze veröffentlicht wird. Genau, und ja, Gültigkeit-Version, was hier noch steht, das sehen wir gleich im Beispiel auch zu schauen. Aber erst mal mache ich den Kreis ein bisschen größer. Und zwar, wie bekommen wir überhaupt CVE-Nummer? Das ist hier die Nummer 1. Das ist auch der kleinste Teil. Wir haben als CNA eine Quote und wir dürfen im Jahr, glaube ich, 1000 CVEs vergeben. Hoffentlich brauchen wir die mit. Ja, also bisher haben wir sie nicht gebraucht. Es ist auch so, man kann die Registrierung einer solchen CVE geht es super schnell. Da gibt es ein kleines Tool dafür. Ich habe noch ein Screen-Shotter. Kann man quasi ein Tool gestützt, kann man sich CVEs reservieren erstmal. Wir machen das meistens so, dass wir ein kleines Set, also ich glaube, wir haben jetzt immer drei gehabt, drei, die wir uns im Jahr mal reservieren, für ein Jahr. Also jetzt für 2024 habe ich jetzt kürzlich erst mal drei Nummern reserviert. Wenn man die nicht braucht, braucht man sie nicht, das ist wurscht. Aber dann hat man sie schon mal für den Fall, dass man sie braucht. Wenn man mehr braucht, kann man sie jederzeit nachregistrieren. Wie gesagt, dafür benutzen wir ein kleines Tool. Das zeige ich gleich. Generell ist das Ganze sehr stark toolgetrieben. Hier sehen wir, man kann es kurz im Screenshot von diesem Werkzeug, das wir verwenden. In dem Fall benutzen wir ein Kommandozeilentool von Red Hat, das CVE-Tool. Es gibt, die CVE-Lip-Tool, CVE-Lip heißt das Ding. Es gibt auch andere, tatsächlich. Wir haben uns einfach damals, ich glaube, das wurde empfohlen, wenn ich mich recht erinnere, haben wir uns darauf eingeschossen. Ist auch alles mit Web-APIs abgebildet, kapselt da quasi in eine Web-API. Hier sieht man das sehr schön. Man muss halt einen Benussernamen angeben, eine Organisation, gegebenenfalls einen Access-Key, Access-Token. Und dann kann man mit diesem Ding arbeiten. Es ist relativ übersichtlich, was man tut. Hier sehen wir einfach die Liste von welchen, die wir bisher gemacht haben. Hier sieht man auch noch sehr schön, dass wir zum Beispiel Reservierte haben aus 2023, die wir nicht genutzt haben. Und davor die 2022er, die haben wir dann auch veröffentlicht. Wie gesagt, das ist mal die Grundvoraussetzung, dass man das gemacht hat. Wie das funktioniert, das funktioniert dann genauso über dieses Tool. Hier sehen wir das. Auch das Beispiel. In dem Fall für das Jahr 2024, habe ich jetzt eben kürzlich gemacht. und da sieht man einfach gut, man könnte noch andere paar mit angeben. Ihr seht da oben dieses Dash-Stack-Random, was da steht. Dann nimmt man halt einfach irgendwelche. Wir haben da keine speziellen Voraussetzungen, sondern wir lassen uns einfach hier zuweisen, die es da gibt. Genau, dann gehören uns die. Steht da bei, wer sie reserviert hat, wann sie reserviert worden sind. Und genau, da unten sehen wir auch noch die Remaining-Quota. Also das ist noch der kleinste Teil, das Ganze überhaupt mal eine CVE zu bekommen, die man nutzen kann. Der eigentlich interessante Teil ist das Beschreiben der CVE. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Man muss nämlich sehr stark über diese Sicherheitslücke reflektieren. Man muss natürlich erst mal wissen, wo taucht sie auf. Das ist noch verhältnismäßig einfach. Aber dann muss man sehr viele Bewertungen durchführen. Zum Beispiel, wie kann sie ausgenutzt werden? Welche Voraussetzungen müssen da gegeben sein? Also ist das komplett zum Beispiel unattended oder muss man erfährt, dass es eine Benutzereingabe, also muss ich einen Benutzer tricken, irgendwas zu tun? Solche Dinge. Was auch interessant ist, ist tatsächlich, genügt überhaupt eine einzige CVE. Wir hatten das daraus, dass wir für eine, mehr oder minder für eine und dieselbe Sicherheitslücke mehrere CVEs gemacht haben, weil sie verschiedene Komponenten betroffen hat. Dazu möchte ich vielleicht noch kurz sagen, der Markus hat gerade schon gesagt, wir setzen auf der Media-Wiki-Software auf und wir sind im Prinzip eine Media-Wiki-Distribution. Das heißt, wir nehmen die Basis-Software, packen unsere Erweiterungen dazu, verschnüren das Ganze und releasen es. Jetzt besteht das Ding aus über 100 Erweiterungen im Prinzip und verschiedene Erweiterungen verwenden eventuell auch die gleiche Bibliothek oder auch andere Bibliotheken. Manchmal kann es aber auch sein, dass eine und dieselbe Versicherheitslücke einfach aus verschiedenen Gründen, in verschiedenen Erweiterungen auftaucht beispielsweise und dann kann es Sinn machen, das zu separieren. Warum? Weil obwohl wir eine Distribution sind, ist unsere Software natürlich modular. Das heißt, nicht jeder der, also diese Erweiterungen, die wir pflegen, die werden zwar mit großer Wahrscheinlichkeit nur in unserer Distribution eingesetzt, aber wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Theoretisch kann es sein, dass die auch unabhängig von uns eingesetzt werden. Die sind Open Source, frei verfügbar, öffentlicher Code. Das heißt, jeder kann die sich selber zusammenstellen, diese Distribution, wenn er Lust hat, kann sich die Komponenten reinziehen, die er braucht oder auch nicht und deswegen kann es durchaus sein, dass man solche, dass man so eine Sicherheitslücke auch mal hier aufsplitten muss. Ich habe dann gleich auch ein Beispiel dazu. Ja, welche Versionen sind betroffen, ist eigentlich auch ganz klar. Da muss man dann meistens ein bisschen Forensik nochmal betreiben, also seit wann ist diese, ist diese, diese betroffene Code in der Applikation drin. Muss einfach historisch mal ein bisschen zurückgehen. die bisher releaseden Visionen angucken und natürlich die obere Grenze ist dann hoffentlich immer die, die man gerade schon gepatcht hat, dass man sagt, okay, jetzt haben wir einen Patch rausgebracht, jetzt ist die Sache auch gut. Das kann aber durchaus sein, dass es über mehrere Miner- oder sogar Mainter-Versionen geht. Das ist durchaus möglich. Da muss man halt dann wirklich auch gucken, okay, wann kam denn dieser Code rein. Das ist relevant. und ganz wichtig, der Schweregrad der Sicherheitswirkung. Ich würde aber fast sagen, das ist mit das Wichtigste, weil der Schweregrad ist exakt das, worauf die Leute schauen, wenn sie nach CVEs gucken. Ich habe vorhin auch schon gesagt, aus der Praxis, wenn man selber mit CVEs abonniert oder einfach scannt nach CVEs, da wird man oftmals mit einer sehr langen Liste von CVEs konfrontiert und sehr wichtig für die individuelle Einschätzung ist tatsächlich der Schweregrad. Und da muss man eben, da gibt es dann auch ein Berechnungstool dafür, das zeige ich auch gleich, mit dem man die Sicherheitslücke abschätzen kann, den Schweregrad der Sicherheitslücke. Genau. Und das Letzte, was wir hier haben, ist dieses Security Advisory. Hat der Markus gerade schon angesprochen. Wir veröffentlichen eben zu den CVEs noch eine Security Advisory. Das ist diese Wiki-Seite, auf der wir das Ganze nochmal beschreiben, wo wir dann auch nochmal Credits geben an denjenigen oder diejenigen, die das gemeldet haben unter Umständen, also wie es bekannt geworden ist, die Sicherheitslücke. Und wichtig eben, dass wir die Sachen auch verknüpfen, dass das eine gewisse Validität erreicht. So, Hands-on. Ich habe jetzt tatsächlich, ich werde ein paar Sachen im Browser zeigen, allerdings habe ich jetzt auch erstmal noch ein paar Screenshots für euch, weil es einfacher war. Den schauen wir uns gleich im Detail an. Das ist das sogenannte Vulnogramm. Das Vulnogramm ist ein Tool, das die CVE bereitstellt, also die, das die, nicht die CVE, die Organisation bereitstellt, mit dem man sowas quasi machen kann. Schauen wir uns gleich an. Das ist ein ganz essentielles Tool, das ist der CVESS Calculator. Der ist eben genau dafür da, um diesen Schweregrad zu errechnen, da seht ihr, da gibt es eben verschiedene Rubriken hier, wo man eine Einschätzung vornehmen muss. Dankbarerweise sind die alle schön beschrieben, dass ich mal gehört, ich habe dieses Flyout mal mitgescreenshottet, da kann man quasi immer mal drüberhaubern, kann sagen, okay, diese Sicherheitslücke, was ist denn jetzt, die kann nur lokal ausgenutzt werden oder über das Netzwerk und so weiter und so fort. Und wenn man das hier durchgeklickt hat, bekommt man am Ende eben diesen, diesen Score, der dann zusammen mit dem CVE veröffentlicht wird. So, da sind wir eigentlich eh schon, da möchte ich kurz noch die paar Minuten ein bisschen zeigen, ich glaube, mir läuft ein bisschen die Zeit davon, fünf Minuten haben wir noch insgesamt. Ich glaube, du kannst noch mal das Volnogramm aufmachen, wenn es geht. ich zeige mal ganz kurz dieses Volnogramm noch, so sieht das Ganze aus, ihr seht, das ist ein ziemlich langes Formular, da geht es noch runter und runter und runter. Aber was ihr auch seht, ist nur ein paar von den Feldern in Rot, das sind diese, das sind eben diese Mandatory Fields. Was sehr praktisch ist, das Ganze ist immer, man gibt es auch einen Source-Code-Modus, wir haben da inzwischen auch unser Template einfach, wo wir die Sachen, die sowieso immer gleich sind, Vendor, Produktname, etc., haben wir schon mal reingespeichert, dann kopiert man das rein und da hat man schon mal den Start quasi. Kann dann die restlichen Sachen hier noch relativ schön interaktiv ausfüllen, also zum Beispiel sowas wie Versions, Versionsgrenzen, genau hier haben wir die Versionsgrenzen, also von wann bis wann. Das Ganze generiert dann sogar automatisch, das wird jetzt hier nicht gehen, weil ich nichts eingeführt angetragen habe, generiert eine Beschreibung, die wird man meistens noch händisch irgendwie anpassen wollen und am Ende des Tages hat man dann damit seine CVE beschrieben und kann die sogar direkt über dieses Tool unter Angabe des Users und des API-Kees direkt hochladen. Früher ging das Ganze noch über GitHub mit dem Pull-Request, da hat man diese CVE-Report noch gefragt, hat dann noch sein Zeug reingetragen und hat einen Pull-Request gemacht. Das ist seit neuestem nicht mehr so, ist alles voll integriert in dieses Vulnogramm. Sehr schönes Tool, speziell eben dieser Berechnung vom Scheregrad, macht sehr viel Sinn. So, und dann gebe ich schon wieder ab. Genau, was man vielleicht noch ergänzend sagen muss, ist, dahinter ist ja dann noch ein weitergehender Prozess. Das heißt, man schickt sozusagen dieses JSON ab und dann gibt es eine Prüfung. Also dann kommen da, das wird, ich glaube, über eine Mailing-Liste gejagt beziehungsweise der Commit wird diskutiert und da steht, dann arbeiten die auch mit einem, also die sind dann sozusagen, ja hier seid ihr nicht ausführlich genug oder seid ihr sicher, dass die Bewertung der Kritikalität hier in Ordnung ist oder so. Was die auch vor allem interessiert, was Robert schon angedeutet hat, ist es eine CVE oder sind es eigentlich zwei Lücken, die man hier in einer meldet, weil es ihnen ganz wichtig ist, man sagt, eine Sicherheitslücke, eine CVE-Nummer, also keine Kombis, das darf man nicht machen. Und diese Sachen werden dann schon auch mit dem Weg gearbeitet. Die letzte hohe Halt sozusagen über die Veröffentlichung ist dann wieder bei CVE-Org, also die haben sozusagen die Merge-Rechte in dieses Repository und letzten Endes die Veröffentlichungsrechte für das Ganze. Und dann, jetzt kommt die NIST nochmal ins Spiel und das ist NVD, das ist National Vulnerability Database. Wenn das dann veröffentlicht, dann passiert dann weitere Sachen damit. Das heißt also, die CVE-Org ist sozusagen für den Subteil CVE zuständig. Dann kommt nach der Veröffentlichung die NVD, die schaut sich das nochmal an, überprüft wieder den Bewertungscore und packt noch Metadaten dazu und jetzt, das ist sozusagen ein Thema, das hier auch aufgetaucht ist im Vorfeld. die Software-Versions-Identifikation. Ich bin ja ein großer Freund von zusammengesetzten Nomen. Die Frage ist, wie kann man unsere Software eigentlich eindeutig identifizieren und das läuft über die CPE, Common Platform Enumeration. Und die Frage war eigentlich dann im Vorgespräch zu diesem Talk, wie kommt man an so eine CPE-Nummer eigentlich ran, kann ich die einfach registrieren oder so. Und tatsächlich ist es so, dass im Nachgang einer CPE dieses NIST, diese Nummern vergibt und dafür sorgt, dass sie sozusagen eindeutig sind und dass deine Software dann auch eindeutig identifizierbar ist. Also das hat ein Format, Part heißt, ist es eine Applikation oder ein Betriebssystem oder eine Bibliothek, wäre dann in unserem Fall die Hallo Welt-Produkte des Plusbys und dann die Versionsnummer und dann kann man hinten noch ein paar Detailinformationen abgeben bis hin zur Sprache, wenn die betroffen ist. Das macht aber, wie gesagt, das NVD. Ich war ursprünglich von Maita betrieben. Das ist so ein Beispiel, wo man sieht, dass die NIST mit ihrer NVD-Datenbank mehr und mehr übernimmt. Also Maita hat diese Aufgabe abgegeben. Maita hat das Ganze Community-Betrieben gemacht. Da war, es gibt eine Seite, das ist sehr einladend. Hey, wenn du eine Plattform CPE brauchst, dann melde dich doch hier. Das ist überhaupt kein Problem. Mach mit. Hier ist die Mailing-Liste und so weiter. Bei der NVD, also so sehen die übrigens aus, dann diese Nummern. Bei der NVD ist das nicht mehr Community gepflegt. Das heißt, also man, das ist jetzt mal, ich habe es mal zitiert, weil ich mir gedacht habe, das ist schön, man sieht, dass das nicht so besonders einladend ist. Also jetzt da hinzuschreiben und zu sagen, ich bin ein Softwarehersteller aus Regensburg mit 30 Leuten, ich brauche jetzt unbedingt von der amerikanischen Regierung eine CPE. Wir haben es nicht gemacht. Es passiert über die CVEs. Das ist aber eigentlich doof, weil wenn wir eine neue Softwareversion rausbringen und wir wollen ja sozusagen Teil dieses Automatisierungstoolsets sein, dann müssten wir eigentlich die Leute in die Lage versetzen, dass sie auch die CPEs schon im Vorfeld, bevor was passiert, abonnieren können und sagen können, was braucht ihr dazu. Genau. Aber hier, wie gesagt, NVD läuft los. Also es passiert sozusagen, und das fand ich dann schon spannend, es ist nicht nur einfach eine Meldung irgendwo in der Datenbank, sondern es folgen dann Prozesse, es wird da schon darauf reagiert, es wird auch nochmal von anderen Stellen bewertet, wie kritisch ist das und muss man da reagieren. So, letzte Geschichte noch ganz schnell. Könnt ihr selber, ohne CNA zu sein, CVEs einreichen? Die kurze Antwort ist Ja, aber. Ihr könnt das machen, es gibt ein Formular, da kann man im Prinzip eine Direkteinreichung machen. Man muss hier schwören, dass man nicht, sozusagen nicht ein Produkt einreicht, das irgendwie über eine CNA schon abgedeckt ist. Das heißt also, wenn ihr zum Blue Spice was meldet, müsstet ihr zu uns kommen. Da gibt es eine Liste eben mit CNAs, eine Datenbank. Wenn aber, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel eine Bibliothek, die eben keine Organisation im Hintergrund hat, für die eine CVE zu erstellen, dann kann man das über dieses Formular machen. Das ist der Ja-Teil, also ja, man kann das machen. Der Aber-Teil ist, es wird am Ende natürlich an eine CNA weitergeleitet, die dann den Prozess wie beschrieben übernimmt. Da gibt es zum Beispiel Red Hat, die als Root-CNA da fungieren, die sich sozusagen committed haben, alle Open-Source-Projekte, die nicht von CNAs gecovert sind, mit CVEs zu versehen. Es gibt auch das Miter, die machen das auch. Aber wie gesagt, das muss immer eigentlich durch eine CNA geschleust werden. So, ein paar Links. Genau, gibt es noch irgendwelche Fragen? Wir haben, glaube ich, noch ein paar Minuten. Genau. Erst einmal vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Ich bin selbst, ja, Konsumentin von CVEs, insofern war das für mich super spannend, mal die andere Seite zu sehen. Und dann, ja, würde ich überleiten zum kurzen Q&A. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Jetzt frage, wie, also, ich hätte jetzt so einen Blue Spice da und dann sehe ich, okay, ihr habt jetzt so einen Namenseintrag und dann würde ich den abonnieren, aber jetzt ist irgendein Problem im Media-Wiki da drunter und das wird mich ja auch betroffen. Wie kriege ich dann das mit? Da seid ihr ja nicht schuld dran. Also Media-Wiki taucht an sich auch auf als Vendor. Die Wikimedia Foundation, die die Media-Wiki herstellen, ich weiß nicht, die sind glaube ich keine CNA selber, aber es gibt durchaus CVEs zu Media-Wiki und die findet man auch. Also das Tool, das ich am Anfang gezeigt habe, das OpenCVE, da kann man als Vendor quasi Wikimedia eingeben, das sind die Hersteller der Media-Wiki und dann kriegt man das genauso. Ja, aber also es ist ein Abhängigkeitsproblem. Woher weiß ich das? Ich habe ein Blue Spice, was ist alles in der Leber für mich? Ja, also ich halte das tatsächlich für ein noch ungelöstes Problem. Meiner Meinung nach wäre über diese CPEs wäre das eigentlich die Lösung, dass wir als Softwarehersteller sozusagen eine Dependency-Liste mitliefern und sagen, das sind die CPEs, die ihr mitverfolgen müsst, wenn ihr wissen wollt, ob die jetzt verbaute Version ein Problem hat. So wie ich das sehe, tut sich da aber aktuell noch nicht viel. Also ich hoffe, dass es in diesem S-CAP-Prozess irgendwann mal einen Punkt findet. Aber ja, also eigentlich ist es dann eher unser Job, wenn wir sozusagen kritischere Lücken in der Media-Wiki haben, dann bringen wir neue Versionen raus. Aber wir dürfen zum Beispiel ja dann keine CVE vergeben. Also das ist ein Problem. Also eine Herausforderung. Bitte. Ja, auch von mir, vielen Dank für den Vortrag. Direkt dazu, da ihr meint, dass es ein ungelöstes Problem ist, dass da nicht die Abhängigkeiten CPEs mitgeliefert werden. Liefert ihr selber auf eurer Webseite irgendwo die Liste an CPEs, die man abonnieren sollte, nach Sicherheitslücken? Ne, das ist tatsächlich was, was ich mir aber überlege im Nachgang zu diesem Talk, weil ich muss zugeben, wir haben uns eigentlich vornehmlich um die CVEs gekümmert. Und es war dann im Vorfeld die Frage auch, wie stehen wir zu den CPEs? Und das war das erste Mal, ehrlich gesagt, dass ich mich ernsthaft damit beschäftigt habe. Ich halte die aber für relativ mächtig. Und eigentlich denke ich, man sollte das propagieren und ich glaube, wir werden das auch machen, dass wir dann mal schauen, was machen andere Softwarehersteller und wer will es als Einzige machen, nützt es niemandem was. Aber es gibt vielleicht schon Best Practices in dem Bereich und das wäre tatsächlich was, was ich auch für ziemlich cool halten würde. Okay, noch eine weitere Frage. Also ich finde es erst mal voll gut, dass ihr eure Konsumenten darauf aufmerksam machen wollt. Aber wenn ich jetzt euer Produkt zum Beispiel betreibe in meinem System, dann liegt es doch irgendwie auch in meiner Hand, dass ich zum Beispiel über Image Lifecycles oder wie auch immer sicherstelle, dass ich regelmäßige Scans mache, auf die CVEs aufmerksam werde und dementsprechend auch Fehler behebe. Oder wie seht ihr das? Also ich sehe es schon, so, das sind sozusagen alle beteiligten Akteure mit in der Pflicht. Es ist nur so, was man ja von dir nicht erwarten kann, ist, dass du jetzt irgendwelche Deep Code Inspection Tools darüber laufen lässt, die dann aktiv Sicherheitslücken finden, sondern was du machst als Betreiber ist, du reagierst darauf, dass wenn eine Sicherheitslücke bekannt wird, also in der Regel. Und da sind wir sozusagen in der Pflicht als Hersteller zu sagen, jetzt gibt es eine bekannte Sicherheitslücke, wir müssen euch informieren. in irgendeiner Form. Und dieses Informieren passiert ja dadurch, dass wir ein CVE veröffentlichen, die dann deinen Scanner wiederfindet und sagt, hier über Trivia oder so, es sagt, hier gibt es eine CVE zu dieser Software, die verbaut worden ist. All right. Dann hätte ich noch vielleicht eine ganz, ganz schnelle Frage an euch. Und zwar habt ihr ja gesagt, dass ihr Anfang des Jahres immer drei CVEs registriert. Ist es generell so bei Softwareherstellern, dass die Anfang des Jahres mal hingehen und sagen, okay, wir haben vielleicht im Laufe des Jahres Sicherheitslücken und registrieren die jetzt im Vorfeld oder eher nicht? Also meines Wissens ist es so, dass man musste das früher machen. Früher war die CVEs fortlaufend und man musste vorab für das Jahreskontingent wegreservieren. Dann haben sie festgestellt, auch spannend, auf welchen Ebenen hier diskutiert wird, dass eine fortlaufende Nummer möglicherweise ein Sicherheitsrisiko ist, weil man dann vielleicht sehen könnte, dass eine Sicherheitslücke schon bearbeitet und da ist, aber eben noch nicht veröffentlicht. Und jetzt haben sie umgestellt auf Random-Nummern. Und seitdem ist eigentlich dieses Vorabreservieren gar nicht mehr so wichtig. Und wir machen trotzdem, weil der Prozess dann schon so ein bisschen da ist. Aber diese Variante, die halt früher hat Red Hat am Anfang des Jahres ein 500er-Block-CVEs reserviert, das passiert nicht mehr. Also die machen das sozusagen jetzt on the fly. Okay, vielen Dank. Dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal sehr herzlich für euren Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank.